Hallo und herzlich willkommen bei Autonotizen. Auf diesem Kanal blicken wir öfter mal über den Tellerrand hinaus, kümmern uns um Modelle und Autos, die es bei uns vielleicht nicht gibt, sowie neue Marken, die ganz frisch vor oder am Marktstart stehen. Und das ist auch heute der Fall. Hier stehen zwei Autos vor der Kamera, die aus China kommen, von der Marke DFM Dongfeng Motors. Die ist so bislang in Deutschland noch nicht präsent gewesen. Jetzt geht es aber los. Und mit mir vor der Kamera stehen ein kompaktes SUV und ein Van. Was verbirgt sich hinter Dongfeng Motors? Was sind die Pläne? Das erkläre ich in diesem kurzen Video. SUV-Kunden holt der DFM 145 ab. 4,65 Meter ist er lang, also ein Modell, was so zwischen der Kompakt- und Mittelklasse parkt und ein recht europäisch anmutendes Design hat. Da könnte man jetzt viel reininterpretieren. An der spitzzugepfalten Front erkennt man so ein bisschen Anleihen an Maserati-Kühlergrill. Von den Proportionen könnte es auch durchaus ein anderes italienisches oder französisches Auto sein. Und das Markenlogo mit dem Löwen, das hat ja auch schon eine andere Marke, ist hierbei natürlich ganz anders dargestellt. Ein 130 kW oder 177 PS starker Benzinmotor treibt hier die Vorderräder an. Das Interieur ist geräumig und nett verarbeitet. Wir haben große Displays und echt eine moderne Anmutung. Der gleiche Antrieb steckt im DFM 144. Das ist ein Van mit sieben Sitzen und einem durchaus luxuriösen Innenleben. Wir haben eine Kombination aus zwei Vordersitzen, zwei Einzelsitzen in der zweiten Reihe und einer Dreiersitzbank. Damit soll er nicht nur Familien ansprechen, sondern dürfte vor allem auch auf dem asiatischen Markt bestimmt für Shuttle-Dienste und Taxi-Unternehmen, die ein bisschen mehr Luxus bieten wollen, vorgesehen sein. Er hat ein beleuchtetes Logo an der Front und eine recht exzentrische Gestaltung mit dem großen Grill, die so ein bisschen an japanische Vans, auch von Lexus und Toyota, erinnert. Der Vorteil, den dieser Van bietet, ist nicht nur, dass er mittlerweile fast allein auf weiter Flur steht. Viele etablierte Mitbewerber haben ja Autos wie Seat Alhambra, VW Charan, Ford Galaxy und S-Max eingestellt, sondern auch der günstige Preis. 30.995 Euro ist der Listenpreis für den Van. Damit liegt er 1.000 Euro über dem SUV, dem Fording 4, der ja damit auch echt günstig kalkuliert ist. Beide kommen jetzt im Frühjahr 2023 zu den Händlern. Es gibt einen Importeur, der bereits ein Händlernetz hat, der diese Autos dann mit vertreibt. Noch mal kurz zur Marke Dongfeng Motors. Wer ist das? Das ist ein chinesisches Staatsunternehmen. Seit Ende der 60er Jahre gibt es die Firma. Der Hauptsitz ist in der Stadt Wuhan. Bei uns bekannt ist bereits die Marke DFSK. Das ist ein Joint Venture zwischen Dongfeng Motors und dem Privatunternehmen Socon Motors. Deswegen DFSK, Dongfeng Socon. Und jetzt kommen eben auch Autos von Dongfeng Motors bei uns auf den Markt. In China ist das Unternehmen ein Joint Venture Partner, zum Beispiel von Peugeot und Citroën, aber auch von Kia und Honda. Außerdem gibt es in China ein kleines Elektroauto von Renault und Dongfeng, den Dongfeng EV EX1. Und der ist auch schon in Europa zu haben, nur heißt er bei uns Dacia Spring. Beide neuen Dongfeng oder DFM Motors Modelle stehen natürlich nicht nur statisch bei uns vor der Kamera. Sowohl das SUV als auch den Van werden wir ausführlich Probe fahren. Und je nachdem, wann dieses Video geschaut wird, kann ich jetzt sagen, bald oder jetzt schon gibt es zu beiden Modellen ausführliche Reviews hier auf dem Kanal. Und dann auch alle Informationen natürlich auf der Website autonotizen.de. Ich freue mich, wenn ihr dann auch da reinschaltet und zuseht. Vielen Dank schon mal fürs Zusehen bei diesem kurzen Video und bis bald hier bei Autonotizen. Ciao.